Wir wollen euch mit einigen Begrüßungsliedern hier zum heutigen Workshop hier in der Mitmachfabrik Fluchte-Sachen beseitigen, die wir hier in Wanfried in einer ehemaligen Fabrik aufbauen wollen. Und wir werden uns heute, geht es um die Menschenrechte der Kakaobauern, den Workshop machen wir im Andenken 70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte und 1948 die Staaten den Bürgerinnen und Bürgern der Welt versprochen haben, so zusammenzuarbeiten, dass alle Menschen wirklich leben können. Und wir werden heute ein Licht darauf werfen, wie viele Menschen noch nicht menschenwirklich leben und was wir tun können, um das zu verändern. Und wenn die Menschen ihre Menschenrechte haben würden, würde keiner mehr fliehen müssen. Unser erstes Lied heißt, der schnelle Zug kommt aus Zimbabwe und fährt nach Südafrika, die Minenarbeiter in die Minen, um die Rohstoffe Südafrikas rauszuholen. Musik 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 und musiziert für euch heute Sene de Guernia aus Auszebauen und Jack Makarovania aus Ghana und Yunis aus Ghana Gabriel Fundy aus homodemokratisch-repidid und Wolfgang aus Randfried So und das nächste Lied Gottschütze Afrika, ihr kennt das alles vom Afrikanischen Nationalkongress ANC der Zeit Nelson Mandelas im Ringen um Gleichberechtigung und Freiheit in Südafrika GUSSI SIGELERI A FRIESALO MADU FATANISTO CONTROVARE Studier GUSSI G flexible GUSSI G regional orman GUSSI Gkliche GUSSI Gision GUSSI G aesthetics GUSSI GRIINGS GUSSI GANG GUSSI G inaugural GUSSI GIF GUSSI G objectives Amen. Musik Amen.